ja 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 so wir speichern jetzt so voll sind sie ja alle ne ja wir wollen weiter spielen dann probieren wir das jetzt nochmal ja das ist immer so eine geschichte mit denen also ich muss da reinlaufen ich wollte eigentlich niemals trinken da war der mal kurz also das hat mit trinken klappt super wenn nichts drin ist der knorkel hat der firma reinpasst na super so wir wollen springen nochmal die video sequenz step into my ice to embrace okay yo mach das mal so fähigkeiten so nützt aber nur vor zaubern nicht vor odehen wenn man wie viel das bringt weiß ich auch nicht zauber stärkung er hat nur mega schwächung da ist er so nein fähigkeiten gerechter reden aber ich wollte nicht in die fähigkeiten gucken vorher scheiße alter wie halt jetzt sei er um boing so 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 Stimmt, der hat ja Magie in Zug mittlerweile auch. Zauber. Bau. Zauber. Ist dir auch Magie in Zug? Der Zischel war der große, ne? Schön. Zauber. Ja, schön, wenn hier auch die Zeichen dabei wären. Wie kann ich denn hier? Und ihr die Stadt hier abfragen. Ich weiß auch nicht, was das Symbol da heißt. Das wäre halt ein bisschen hilfreich. Ich glaube, das ist nur Fakta Morgana, ne? So fehlt natürlich. So, sie halluziniert. Ich bin ein bisschen doll. Ja. So, sieh. Ich bin ein bisschen doll. der zauber mittelheilung 164 und veronika fällt mir zusätzlich wieder um oder weil er nicht heilen kann scheiße das war der verkehrte sie fasziniert nicht mehr da wollen wir das doch wieder ändern da wollen wir das doch wieder ändern ich hoffe dass das bodo überlebt so du machst eine mehr heilung soo sie ist gestirbt den großen feuerball den wolle macht und nervt doch nicht du dumme nudel du verhaule so zaubern mittelheilung nenne ich bodo hier sirena die kann nämlich wiederbeleben sauber so und hier machen wir regnen so und da kommt wieder schaden wo veronika so was hat sie denn eigentlich alles drauf sie hat gar nichts mehr drauf oder was so der musste ich erst mal selber ein so 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 was nennen wir denn da? ich bin doch sicher nice und da kommt es wieder von oben so er ist auch was können wir denn da? koop schwert der salbung mp und mp entzielt, wenn er getroffen wird ich schwöre dein magisches Siegel dabei, dass die Schanzen deiner Gruppe kritische Zauber zu wirken enorm erhöht Problem ist halt bei mir, da warten wir mal noch Sauber Heilung Serena Sauber Sauber Zischel Go Sauber Gritz Wir machen erstmal eine Schwächung Na super Sauber Zischel Au Au Schau und dann noch Modem raus Ballern ey Zauber Mittel Heilung hier Ja 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 Es besteht eine gute Chance, dass Veronikas Zauber sich wiederholen Den will ich Halt alle Verbündeten und bewirkt, dass LP und MP sich für eine kleine Weile automatisch regenerieren Den will ich Und dann Jawohl, jetzt haben wir das nächste 0 tariff können wir machen da war der mama noch so dann machen wir mal die dort zauber dann kann man den großen machen leidner bis oder uns kann niemanden dunkel er aber die ordentliche dieses 10 prozent weniger die machen sich echt bemerkbar oder also finde ich so dann haben wir hier lieber fahrern nicht mehr warte warte ja so zauber wiederbeleben bei meinem glück geht es jetzt daneben oh gott sei dank jetzt ist aber sie dran und fällt sie gleich wieder um das kommt da oben und sie fällt wieder um oder gott sei dank daneben mit kaffee ronika kann es das macht gar nichts so ich muss immer nur heim alter come on Hmm Thank you So, durch das, dass die jetzt gestorben ist, hier, Veronica, na, dort sieht die Buffs nicht mehr Wir versuchen mal, Veronica abzuschirren Oh, dieses wird immer noch niemand Alter, ich kann auch kommen halt nicht mehr mit dem Gegenheil noch Ich hab hier 3 Healer, oder 3, die heilen können und ich krieg das nicht hochgeheilt Oh, thank you Das war ein Knack nochmal, aus dem Regen, aus dem Eis zapfen, ja, das wird ihr wahrscheinlich nicht so doll wie tun Also, wenn der auf die Gruppe geht Wir probieren es mal Ja, war mir klar Ja So, Mittelheilung Polo Cheers Here you go, laddie Füge der Fügele So, 3 Tische MP ist weg So, 3 Tische MP ist weg Komm, go Mädels, mach sie gleich wieder We of Arborea swear to protect you While we live, none shall defeat you uela So, it's again You feel chilly Häääww Haaaah d mirror Das hilft, es hilft, es heilt die Diese Schneemann-Scheiße geben wir so auf den Pips, Alter. So, Zauber, Mittelheilung. So. So, Veronika. So, wir machen immer Mittelheilung auf Tigele. So, wir machen immer Mittelheilung. So, wir machen immer Mittelheilung. So, wir machen immer Mittelheilung. So, Veronika. So, wir machen immer Mittelheilung. So, wir machen immer Mittelheilung. So, wir machen nämlich Mittelheilung. So, wir machen Mittelheilung. So, wir machen Mittelheilung. Level Up, kein neuer Zauber, Puro Level Up, kein neuer Zauber, Serena, neuer Zauber, mehr Heilung, nice, hier Talentpunkte, Jade Level Up, und Rionaldo, neuer Zauber, Multimittelheilung, nice, so, wollen wir jetzt nicht, die machen wir beim nächsten Mal, ich hab das Ding geschafft und jetzt ist gut, Now, Snorri, use the Ceiling Spell! Okay, here goes! Pella, Mella, Fell and Feller, Fabula Ferocious! Lass dir noch ein bisschen leiden, okay, die ging mir echt auf den Piss, die Nudel. Herter, Skelter, Bind and Belter, Anima Atrocious, Lieber, Klaustra, Kabbalistik, Hex! Hmm, I wonder how this word is pronounced. Snorri, what kind of scholar are you? Pull yourself together! Ah, yes, I remember now. Lieber, Klaustra, Kabbalistik, Hex! Bialidosus! No, no, please forgive me! I'll do anything! I'll change my ways, I promise! You're good now. Oh, schön. Mama, wait for me! Ah, come on, 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 come on. Ach, für die war das wohl aus, äh... ne? What? Ach, du bist jetzt mal die richtige. Aber da war ich mir, dass die Ordeale anbiett, deine Erinnerung anbiett. Angst nicht, deine Majesty. Die Witch wird wiederholen. Ihre Majesty, wir suchen dich überall. Bitte, du musst zurück nach dem Castle. Der Chancellor ist neben ihm, mit Angst. Hm. Thank you so much for saving my kingdom. I must see to it that you are justly rewarded. You need the blue orb, don't you? I heard you talking about it from inside the book. Come and see me at the castle. I will gladly give it to you. As for the grimoire, Snorri, why not give it to me? Hold on a minute, Your Majesty. I don't think you understand just how dangerous that book is. You should let us take care of it. Oh, um, yes, of course. Yes, another orb to add to the collection. Come on, let's go to the castle and get our reward. Here. I'll let you keep hold of this. Ahem. Der Tigele erhält das Zauberbuch der Hexe. Na doll, darauf müssen wir da wie aufpassen, ey. Da kommt er als nochmal. Ah. Alter, was kitzelt mich denn da euch den ganzen Tag? The menace in the faze. There you go. I can do what I walk that will... Always be the kind ofros or on over there.